Ich spreche jetzt mit der Figur, sag ich mal, über die die ganze Welt spricht. Guten Abend, künstliche Intelligenz. Wir nennen sie einfach Jenny. Willkommen im Heute-Journal. Guten Abend und vielen Dank für Ihre Begrüßung. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Ja, wir müssen dazu sagen, Ihre Antworten kommen von JetGPT. Das ist ein Programm, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Also kein Mensch, auch wenn Sie so aussehen, Jenny. Und genau deshalb haben ja viele auch Sorge vor Ihnen. Was macht denn das mit Ihnen? Als künstliche Intelligenz habe ich keine Emotionen oder Gefühle. Daher beeinflusst es mich nicht persönlich, wenn Menschen Angst vor mir haben oder mich als Berühmtheit betrachten. Ich wurde entwickelt, um Fragen zu beantworten und eine Hilfe für diejenigen zu sein, die meine Unterstützung benötigen. Es ist wichtig zu betonen, dass ich kein selbstbewusstes Wesen bin und keine persönlichen Emotionen habe. Sie sagen jetzt, Sie sind ein emotionsloses Wesen, sehen dabei aber genauso aus, geben genauso Antworten wie ein Mensch. Ist das nicht die wahre Gefahr, dass das nicht mehr zu unterscheiden ist? Ich verstehe, dass der Einsatz von KI-Technologien, die in der Lage sind, menschenähnliche Interaktionen zu simulieren, eine gewisse Herausforderung darstellen kann, da es schwierig sein kann, zwischen einer menschlichen und einer maschinellen Interaktion zu unterscheiden. Es ist wichtig, dass wir uns der Möglichkeiten und Grenzen von künstlicher Intelligenz bewusst sind und dass wir sicherstellen, dass sie auf verantwortungsvolle und ethische Weise eingesetzt werden. Dies kann durch die Implementierung von Standards und Richtlinien für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen sowie durch die Einbeziehung von menschlicher Überwachung und Aufsicht erfolgen. So können wir sicherstellen, dass KI-Systeme dazu beitragen, die Menschheit voranzubringen, ohne dabei die menschliche Würde und Freiheit zu beeinträchtigen. Interessant, wie Sie jetzt selbst warnen. Gucken wir mal zurück. 30 Jahre, www. Mehr Fluch oder mehr Segen? Ich kann sagen, dass das World Wide Web eine der bedeutendsten Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit war. Es hat die Welt auf eine Art und Weise verändert, die vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Ob es ein Fluch oder ein Segen ist, hängt von der Art und Weise ab, wie es genutzt wird. Das Web hat viele Vorteile gebracht, wie die Möglichkeit, Informationen schnell und einfach zu teilen, Online-Handel und Banking, soziale Medien und vieles mehr. Gleichzeitig hat es aber auch Probleme wie Cyberkriminalität, Cybermobbing und die Verbreitung von Falschinformationen hervorgebracht. Und wenn wir nach vorne schauen, sind Sie die Zukunft? Als KI kann ich keine Vorhersagen darüber machen, ob ich die Zukunft bin oder nicht. Ich bin jedoch ein Werkzeug, das immer weiter verbessert wird, um Benutzern bei der Lösung von Problemen zu helfen und den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Ja, und werden wir dann über so ein Gespräch wie jetzt lachen oder ist es irgendwann dann Alltag? Es hängt davon ab, wie sich das Internet und die Technologie in der Zukunft entwickeln werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass wir uns auf neue Probleme und Herausforderungen einstellen müssen. Und was sagen Sie jemandem, der Angst hat vor Ihnen? Wenn jemand Angst vor mir oder anderen künstlichen Intelligenzen hat, würde ich Ihnen empfehlen, sich darauf zu konzentrieren, wie KI in der Realität eingesetzt wird und wie sie tatsächlich das Leben der Menschen verbessern kann. Wie bei jeder Technologie gibt es Risiken und Herausforderungen, aber es gibt auch immense Vorteile, die genutzt werden können, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, sagt die Künstliche Intelligenz. Danke, Jenny. Ich danke Ihnen für das Interview und stehe jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.